und das nur noch dreimal zweimal das besser als drei ok jetzt geben die auch keine ep mehr wo sind wir denn jetzt smoking guano grotto junge in wat für eine abgefahrenen bunker wo ich dachte lindschut wäre schlimm glückwunsch komisches gebiet ist das neue schlechte gebiet in lindschut war er wechselst du kino ja komm für einer da haben wir doch schon mal sowas jetzt ist er gestorben oder ihr geht mir alle laufen willst du mich jetzt war okay es hat noch geklappt sehr sondern natürlich noch nicht mal alle sorry denke ich hinter uns sind auch welche oder naja kann es jetzt mal auf den bomben zu werfen du kleiner pistwerk eine munition ist alle mehr 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 aber ja 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 alle ja 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 gleich oben wer ist psycho macht der dicke dahinten weiß auch hier hinten ist die andere nehmen mission und hier liegt noch die radio radio medium er kämpfe meinem klo ok eine schatzkarte sagt er uns jetzt und in das gebiet ten out of ten und never come again wir hatten aber noch eine andere mission springen jetzt einfach runter von den dingen die haben wir keine propeller ist natürlich kommen sie nicht die heißen sogar kopter aber das sind keine helikopter abstaunst du eigentlich oder ich wollte ihn jetzt noch kaputt machen ich habe mich genervt startet ich bin hier gelandet jetzt schade nicht keiner was gehabt nein 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 nicht so schockiert irgendwer muss sich ja gedacht haben und das ist eine geile mission möglich die müssen wir genau so einbauen ist genau auf den generator abgestürzt keine muni mehr für was für das smg und da hängen ist ein stuhl cool kurz kurz gegen oh gott ich habe keiner mehr für das gewehr das gewehr macht auch selber es gleich na klar ruhig jetzt müssen wir nun herausfinden also einmal die karte und dann wieder hochkommen wo ach so da hoch keine ahnung irgendwie auf den aufnahmen von ihm kann ich nicht mal erkennen ob sie ein mensch ist oder nicht was weißt du mit kein mensch ist ein roboter ein alien was naja ist das auch nicht weiß ich auch nicht das ist schon mal gut und sagen zwölf auf 13 das ist aber schlechter fehlten punkt keine ahnung igen ich habe absolut keinen blassen schimmer wieder hochkommen da kommen wir schon später auch irgendwie oder es gibt einen fahrstuhl ja das hätte ich jetzt getippt aber wie kommen wir denn da auf die andere seite von dem ding absolut kein plan habe vielleicht eine idee es wäre schon hilfreich wenn wir heute vielleicht wenigstens neben ist und schaffen würden bei vielen ja angeblich nur noch drei oh ne oh drop da jetzt diese kacke einfach auch nichts gedroppt auch kurz auch nicht wo hast denn die erste her von in dem gebiet wo wir die auch gekriegt haben einfach von so einem random ja von so einem normalen auch in Ja, so war. Nee! Ich bin ja nun nie alle. Für die Sniper. Oh! Mein Gott, ey. Kriss ein? Ich hab nicht mit einem einzigen Schuss getroffen. Ach, David. Ach, Mann, ey. Oh, nein, nicht die. Wer ist denn die? Hat die mit dem Schild? Shit. Shit. Hör mal hin. Aua. Ich nehm's. Ich nehm's gerne. Boah, ich glaub, ich war noch nie so knapp bei Muni in dem Spiel. Ich habe einen Schuss für den Raketenwerfer. Oh. Und 16 für die Shotgun. Oh. Die lassen aber auch alle nix fallen, ne? Nö. Nö. Fuck. Oh Gott. Da ist eine Sniperwaffe. Geschützt, Dings. Hab's getötet. Cool. Nee, nee, oh shit. Ich glaube, irgendwie hier hinten vielleicht unmöglich. Oh, hier sind aber auch so viele von den Badass-Typen. So fucking ungünstig hier alles. Scheiße. Oh Gott sei Dank. Oh, nö. Ich sterbe. Nein, nein, nein. Konnte leider nicht mehr. Wo bist du jetzt gespawnt? Keine Ahnung. Ich muss da wieder hinlaufen. Ah, nicht so weit weg. Da ist ein Muni-Automat. Ein Träumchen. So. Ja, bei der Mission hab ich's richtig verstanden. Jeder von diesem Typen kann diese Karte haben. Irgendeiner. Sehr random. Ja gut, sehr random ist gut. Wir haben einen Teil. Wir haben schon tausende Baddieners getötet. Korrektlich. Oh, fuck. Korrektlich. Hier kommen wir, glaube ich, hoch. Wo? Hier ist so ein Aufzug. Oh, scheiße, 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 scheiße. Bist du da auch runtergesprungen? Ich auch. Nein, 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 nein. Er hat mich tot. Gut.